hey leute und herzlich willkommen beim adventskalender folge 12 und heute einmal dabei ender like nein ernsthaft first try diamant und es leckt bei mir wieder ja leute das ist mein design das ist mein designer wenn ihr es nicht wisst leute genau das ist mein designer leute und ich weiß ich weiß aber egal nein das machst du nicht einen counter kann man schon einblenden ja ich wiederhole mich so oft ich weiß aber nicht warum ja schon ja das kann sein ich dachte wir spielen einfach mal speed uhrc weil ich nicht wusste was wir spielen sollen ja du hast es eigentlich gesagt ja stimmt weil mir nichts weil mir nichts eingefallen ist was wir spielen könnten weil ich ja alle schon ich bin immer an der border das ist so ein scheiß buch genau wie ich auf mein zweiter kommt immer traiter werde also zu 99 99 8 prozent traiter werde alles klar ist so wir haben zwei stunden scheiß ttt gespielt und ich also mein freund hat und diese scheiß weiter kommt gespielt und wurde zweimal nicht traiter von ohne scheiß ich spiele aber bis ich zwanzig normale apple habe eigentlich normalerweise 22 und dann stehen währenddessen mal richtig viele gold apple und dann gehe ich runter ab zehn minuten oder eigentlich ab 12 ich aktiviere meinen suchmodus okay okay das video wird heute ein bisschen bisschen länger sein ja geht aber egal ich gehe weg von dieser beschissenen border die fack einfach nur und das ist hunderland da ist hier viel lava hier ja ohja crack ich weiß nicht ob crack war das gerade deine reaktionszeit? ich fände das immer lustig, als wir zusammen zu Tee gespielt haben, das kann ich ja jetzt mal alles erzählen, das sag ich jetzt mal an, ja ok mach ich sag fünfmal, ich bin Traitor, er sagt nein, ich bin nicht, ich bin nicht und versteht sich die Natur, ja ich weiß, ja ich weiß, hab ich gemerkt wenn ich lache, dann rutsche ich mich mega ab, weil ich meine Maus in Wirklichkeit auf Sylt so gestellt hab, an der Maus, hab ich auch, hab ich auch du hast immer Quake Pro, oder? ich hab nur 150, weil ich muss ja auch Noshift und sowas können und das geht nicht, wenn ich auch Quake Pro habe, weil sonst würde ich noch schlimmer ich seh dich da, er rennt in der Höhle rum und da hinten sitzt ja ist das Eisen, also 32 Eisen, dann brauch ich, warte, 22 mal 8, was waren 22 mal 8, ich weiß, das waren über 120, das waren 156, das heißt 156 Gold brauch ich oder ne, ich hab, wie viele Äpfel habe ich, ich habe 17, so 17 mal 8, 10 mal 18, 80, 7 mal 18, 56, ach ne, das waren 106, ach so, ja moin ok, ich brauch 156 Gold, 32 Eisen, plus minus 3, ähm ne, plus 6 oder 3, abwechselnd, dann brauche ich 34 Dias, um mir verliert zu machen, plus mehr wegen Schärfe 3, weißt du, wie du Schärfe 3 bekommst? ja, ja ah, Tommy, Tommy, Tommy man kann ja auch ein Buch nehmen fast, fast, fast nein, man muss auch kein Buch nehmen kann man ja machen ah, scheiße, ich seh nix ich bin blind, ich weiß nicht, wo wo Lava ist ich hab genug Gold, ja, nice ich glaub, ich fahr nicht in Lava rein, diese Zeit, wie ich mich kenne und du spielst wieder auf deinem Macbook, ne ja, mit 200 FPS ja, das ist geil, hab ich auch grad, ein bisschen ja, 100 100 FPS ja, ich hab nicht ganz 200, aber egal ja, ist halt so, wenn man eine gute Grafikkarte hat und noch keinen geleerten Account ich weiß halt noch den ganzen Schuh an Prater und der wird erst gedacht oh, jes Gott, ich schlau an der wird halt erst geklärt übrigens, ich bin grad in der Höhle ich weiß nicht warum ich bin in der Höhle wie viel Eisen hab ich? 20 ich brauch mehr Eisen und mehr Gold das merk ich gerade, aber ich hab nicht Och Mann Was soll das denn jetzt? Ich werd angeschrieben Ich hol mal jetzt Holz Kennst du das, wenn du anbordnd angeschrieben wirst? Ja Passiert Passiert bei mir auch Ich hab grad Ich hab vorhin noch eine neue Textureback-Anfrage bekommen Ich hab noch so viel auf Ich hab noch, ähm, für zwei Leute aus unserer Klasse drei vier eine aus ne, zwei aus unserer ehemaligen und drei aus unserer jetzigen hinter diesen Zombies oder sie sind die grad auf mich los die versuchen auf mich loszugehen ähm und dann hab ich halt noch für Lauri den Banner und für Sarah Ach ja stimmt Stimmt hab ich Ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot Herr ne Oh mein Gott, zwei Herzen drei Zombies, Alter drei Zombies einer Mine Ich hab zweimal geserbt Herr Ernsthaft? Ja, muss ich gerade Herr Ernst Nein, da kommt der Nächste da kommt der Nächste Ich baue dich ein Ey, wie der bescheuert ist und mich nicht anlassen kann Küper, Küper, Küper Ah! 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 Nein, nicht im Ernst Bin ich gestorben Ja, sonst bau dich ein oder so Bau ich nicht ein Ich will mich nicht nochmal vergraben Ich sag's doch Ich sag's doch Wer vorne stürzt Ja, die ist auch noch er die ist auch noch er die viel vergraben Ich hab mich vergraben Ich hab mich wieder aufgegraben Ich bin eine Legende Und dann äh, Rack erstmal Und dann Ich craft jetzt erstmal Ich brauch noch ein bisschen Gold damit ich es schaffe Ich hab überall ins Deck dir hast, Fabian brauchst du noch was? Da ist einer Da ist einer Ja, du kannst ihn nicht anlassen Ich hab neulich VARO 2.0 mit ein paar Leuten gespielt Du bist halt, ich hab mal wieder gewonnen Die sind so richtig Lappen Die sind unsere Klasse So richtig schlecht Das stimmt auch, ne? Oh! Die don't can much play Minecraft Beleidige mich dann als Hacker Oh, das kenn ich Echt? Wie gut kennst du aus? Ja, ich hab schon auch mal gehabt dass Leute Hacker geschrieben haben aber das ist nicht so oft Hacker, die sind im TS angebrüllt werden, dass man reinhacken würde Im TS nicht? Ne Ach, egal Das waren die von besten Freunden Achso Achso, das meinst du Die Leute sitzen neben dir und du schreist Hacker und man hackt gar nicht, ne? Die schreien Hacker Ja, stimmt, stimmt Egal Ja, was ich mir versprochen hab Ne, ne Ne Jetzt hast du zweimal Ne, Ne, Ne gesagt Egal Hä, warum Warum ist das, ist das so schlimm oder? Ich weiß ja auch nicht Ja, ich kann's Ich kann's dir vorstellen, ja Ich bin halt, ich bin halt so ein einunddreißiger, Alter Hier fehlt genau noch ein Scheißerfahrungspunkt, damit ich eine Schärfe 3 machen kann Wie ich erstmal das wollte Ich meine, das schwul, der brüllst hier rum, du scheiß einunddreißiger, Alter Keine Ahnung Ne, keine Ahnung Ey, das ist so bescheuert Ey, das ist so bescheuert Wir machen so ein Klassenprojekt, da spielt die halbe Klasse Minecraft zusammen Ne, was? Ja, ja, ja Wir sind halt so eine Minecraft-Klasse Oha Ja, das ist richtig Ich muss erzählen, wie viele Aber, ähm, die Hälfte von Spielen mit meinen Sweat-Accounts Wird sie sich eigentlich nichts leisten können Hehehe Hehehe Ich muss jetzt halt nur beteiligen Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone Ja, die haben alle kein Geld Die haben alle kein Geld, weißt du Doch, die wissen bloß nicht, wie man's nicht installiert Die meisten haben ihre Klasse und wissen halt nicht, wie man's installiert Dumm, oder was? Der Hashtag unsere Klasse Ja, mein Vater nimmt die Strohkopf-Klasse Die Strohkopf-Klasse Ich bin aus meiner Klasse, also aus meiner alten Klasse Und ich sind die Besten, ja, in unserer Klasse Weil wir das alles gelernt haben Und nein, das ist eine Strohkopf-Klasse, das fängt jetzt her Und jetzt bin ich schwer in dem Moment, wo ich mich langweile Weil ich seit noch nicht abgelaufen ist und wir sind Und ich hab ja Full- ich hab ja Full-Dier Ich auch, und ich hab noch 30 Diamanten Ja, nice Mach den Caden Ein Anbau zur Schärfe Drei Dierschmer Zwei 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 Dierschmer Ich brauch heute noch Wasser. Ähm, was gab's denn noch alles? Ich bin fast tot. Ich hab noch anderthalb Herz und muss nicht noch rein. So, was ist denn noch alles passiert? Ey, ich muss ne X-Ray machen. Äh, nicht X-Ray, bin ich bescheid. Den Suchmodus rausmachen. X-Ray, Alter. Den Suchmodus soll ich nicht sagen. Nicht so. Ich hab immer meine Suchmodus released. Also, weil ich hier immer nicht richtigere Diamanten finde. Und dazu hab ich dann auch nicht gelistet gestellt, weil so viele einfach dann dadurch auf Servern richtig viele Diamanten gefunden haben. Weißt du, was mein Tagpunkt war? Ich kann's euch jetzt sagen. Okay. Ich hab mich runtergeworfen, gebaut auf Höhe 5. Brauchst du noch irgendwas? Nee, nee. Ich guck mal. Brauchst du noch Gold für Goldäpfel? Ähm, wir müssen die Tiere, dann haben wir fressen. Ich hab noch 6. Hier, liegt alles. Brauchst du noch Leckwürdig? Ja, okay. Ich hab keinen Apfel mehr. Ich hab noch einen. Achso, echt? Ja, nice. Jetzt wollen wir nicht essen. Ja, okay. Da hab ich was zu essen. Dann hab ich Tigerfleisch. Nimm einfach hier was. Ich hab was für mich gleich, aber egal. Du hattest das falsche Hotkeys. Ah! Du hattest fünfmal die falsche Hotkeys. Hm. Ich bin inkompetent. Das war noch mal das falsche. Hä? Ich bin halt verrückt. Ich werd halt eh nix schaffen. Ich bin da armwürdig. Wenn ich auf meinem Fuß drauf sitze. Ich weiß echt, wie lang das Video gehen wird, aber okay. Ist ja eigentlich relativ egal. Ich weiß noch nicht. Soll ich auch Weihnachtsmusik reinmachen im Hintergrund? Oder so ein Remix Weihnachtsmusik? Oder einfach was Angelegenes? Ja, so Weihnachtsmusik halt, ne? Okay. Was ich ihn noch hab. Hier ist ein Schwein. Hier ist ein Schwein. Wo bist du? Du musst dich trennen. Es kann sein übrigens, dass bei mir Spieler unsichtbar sind. Das ist der neue Programm hier. Wo bist du? Cordy. Weil ich seh... Ich seh dich, glaub ich. Ich hab nur bescheuert die Idee. Wenn du turk bist, mach ich meine Aufnahme an. Weil ich bin wenig FPS, aber ich trink. Fabian, wo bist du? Warte, es deck dich einfach hoch. Fabian, deck dich einfach hoch. Auf die Bäume. Letten ist ein Messer. Fabian, deck dich hoch. Lol. Deck dich hoch, Fabian. Hä, bin ich doch. Ich seh dich nicht. Ja, geil. Warte, ich deck dich noch weiter hoch. Hier. Ja, hier. Ach, da! Was machst du da hinten? Fabian, was hast du angestellt? Frag mich doch nicht. Ich bin grad beinahe mit dem Lenden. Ich werd grad zugespampt. Von? Ey, Digga. Ich werd zugespampt. Ich hab grad geschrieben. Häh, doch. Ich hab ja eh, ich hab ja so und so. Ich hab ja eh, ich hab ja so und so. Und mir auch. Okay. Ich hab mein Labymod 2 so'n Christmas-Hack. Aber endlich geht mein Labymod hier wieder. Seht's selber. Ach, das ist Labymod 3. Ah, er spielt nicht. Ich hab mal kurz die alte Version probiert. Ähm. In der Aufnahme. Aber das hat nicht viel gebracht. Das hat mich dann wieder abgefuckt wegen dem zweiten Bildschirm. Ne? Das ist langweilig. Ich mach sogar schon was schickt. Ah! Ich hab mal im Außerpett. Ich hab immer noch stehen. Ja moin. Das ist krampft. Oh. Komm. Was machen wir eigentlich? Komm, warte mal. Komm. Ich hab ne Bescheid. Lass uns beide vergraben. So her. Hä? Warum? Ich will kämpfen. Ja, ja, ja. Ich hab noch zwei Herzen. Ein bisschen Baumfall schon. Nein, bist du noch drei Leute? Das sind Leute, das sind Leute. Warte, ich muss ranken. Ich hab grad irgendwie Bescheid. Ich hab nicht vor, der mich hier kommt. So. Ja, ja, ja. Wir sind noch nicht. Ich glaub, die haben keine gute Schleifung. Das sind zwei Leute. Komm, lass drauf. Drauf. Die, die sehen, die sehen eh nicht. Schnell, schnell, schnell. Drauf. Daniel ist fast down. Der gäbt die ganze Zeit. Ja, der gäbt echt die ganze Zeit durch. Ich muss da irgendwie gappen. Ich bin down. Ich bin fast down. Hälf mir mal, hälf mir mal. Hälf mir mal, hälf mir mal. Ich will den grad killen. Ich schaff's nicht. Hä? Wie viel hält der aus? Hälf mir mal, hälf mir mal, hälf mir mal. Hälf mir mal, hälf mir mal. Achtung, 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 schnell. Ich hätte dich immer. Junge. Komm. M-lock den wieder zurück. Warte, er fliegt. Oh, das ist so ein Lappen, Alter. Ach, ich bin hängen geblieben. Was macht der? Oh, da. Ich muss heftig klickspammen. Komm. Spätestens jetzt ist er down, jetzt ist er down, jetzt ist er down. Komm, das kann nicht sein, dass ich sterbe jetzt. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, nice. Nice. Ja, der hat so viele fucking Beine gehabt. Alles klar. Oh mein Gott. Was hat der denn? Lüte den. Lüte den. Oh mein Gott, der hat den. Power 3 Bogen. Alles klar, wir haben. Geh von der Border, geh von der Border. Ich hab 36 Gold, Appel. Komm mit. Komm mit, Fabian. Ich brauch noch Stuff. Das brauchst du. Oh, das brauch ich. Nee, das brauch ich doch gar nicht. Nee, passt schon. Warte, warte, warte. Ich hol mir noch einen Satz dazu. Oh, ihr könnt die Runde reißen. Also, da wird es ein bisschen langer gehen, aber okay. Ich brauch noch Schuhe. Hat der ja keine Schuhe mehr gehabt? Nee. Ach egal, komm, komm, jetzt geh. Alter, ich zittere. Ich hab 128 Pfeile. Ist so viel. Warte, hier, brossene Spitzhacke. Ich wirfte hier eine. Ich hab eine, ich hab eine. Warte, Diamant. Ja, aber dir. Ja. Nee, nee, hab ich nicht. Komm, lass jetzt Spam. Ich glaub, der andere hat auch noch eine, aber er lohnt sich das zurückzulaufen. Nee. Ey, du hast sie. Oh, das war geil. Da, 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 da. Ich hab, ich hab gar keinen Bogen. Ja, komm, ich überleg grad. Ja! Ein, ein Hit, ein Bogen. Da kommt noch, wenn ich jetzt an der anderen Seite. Fabian, links, rechts, rechts, rechts. Komm zurück, komm zurück. Komm zurück. Okay. Ich hab grad Crafting-Fabo drin, kennst du das? Ja, ja, das kenn ich. Das hab ich. Das hab ich. Das hab ich gerade. Komm, warte. Komm, let's go. Ich find das geil, das Pack. Warte, hier ist es gefährlich. Achtung, jetzt ist es Lava. Geh weg, geh weg, geh weg. Es gibt Blaugound. Ja, klar. Fallschaden auch noch. Ja, bau dir ne Basin. Hat er gemacht, jene. Komm, guck, guck. In die Lava rein, in die Lava rein. Ja, ja. Von hinten, von hinten, von hinten. Einer brennt, einer brennt, einer brennt, einer brennt. Hab ihn. Er ist down, er ist fast down. Er ist down. Er ist so low. Hol ihn dir. Nice. Nice. Ich glaub, wir gewinnen die Runde, wenn wir... Ich glaub, wir schaffen das. Das ist schön. Für die Aufnahme. Perfekt. Das ist ein bisschen... Oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm... Ähm... Ich hab wieder Pfeile. Aber egal. Egal, egal. Komm, 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 komm. Lass verbrennen. Ähm... Da, da. Okay, komm mit. Warte, wo bist du? Ich hab den 3 jetzt auf dir. Schärfer 3. 2. Ich weiß, ich hatte auch nicht... Hier ist noch... Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was, Fabian. Wir sind noch Dias. Hier ist Sharpness. Sharpness 4. Oh mein Gott. Der hatte Sharp 4. Okay, warte, geh weg. Ich verbrenne das, ähm... Falsch. Okay. Okay. Ach, ich weiß, warum. Ich weiß, wenn ich noch einmal... Ähm... Komm mit, ähm... Es ist noch ein Team. Es ist noch ein Team. Ja. Okay, wir müssen taktisch vorgehen. Ich geb erstmal... Wie viele Äpfel hast du? Wie viele... Ja, nur... Nur vier. Oh, warte, noll. Ich hab so viele. Was hast du gemacht? Keine Ahnung. Kannst du noch zwei geben? Kannst du noch zwei geben? Ja. Okay, danke. Kann ich noch... Ah, ich bin nicht voll. Okay, let's go. Hast du genug? Ja. Wenn nicht, dann... Wir könnten noch mehr machen da. Ach so, ich hab's dir alle verbrannt. Ich hab's... Egal. Der eine Typ geht die ganze Zeit auf und on. Ich... Ich... Ich blende da wirklich gleich. Ich hab... Ich mach davon jetzt einen Screenshot. Und schick... Ich mach... Ich blende das ein, was der mir die ganze Zeit schickt, alter. Junge! Das ist nicht mehr abnormal. Der geht die ganze Zeit auf und online. Und jede Sekunde geht der on und dann geht der off und dann wieder on und dann wieder off. So richtig... Ach, bei Skype. Bei Skype. Nein, nein. Bei Gomme. Bei Gomme. So richtig abnormal. Ach so, bei Gomme. Ja. Geht. Aber wir gewinnen die Runde wahrscheinlich, Leute. Wahrscheinlich, ja, alter. Haben wir eine super Aufnahme. Perfekt. Dann hoffentlich auch ein gutes Thumb und ein gutes Schild, wenn ich es hinbekomme. Aber... Ich bange den Bock. Ich hab mich selber reingebackt. Gende. Ich weiß halt nicht, wo die sind. Das ist halt so ein kleines Problematik. Also ne Bobe ist ja jetzt interessant. Ich hab wirklich richtig krass, aber Schärfe 5, Junge. Das muss man sich mal gönnen. Junge, wo sind die denn? Schärfe 3. Passt auch. Ich hab Schärfe 4. Und hab 1 oder 12 Pfeile. Okay. Okay. Okay, warte. Ich lass mich hier irgendwie konzentrieren. Ich weiß nicht, wie immer, wenn ich meine Füße an meiner scheiß Leiste am Stuhl habe, dann kann ich mich nicht so richtig konzentrieren. Aber es ist halt angenehmer hier auf dem Hütten. Fabian, bleib hier. Bleib hier. Ja. Hast du Water und Lava Fackets? Ja, ich hab nur Wasser, aber okay. Ja, reicht es, reicht es, reicht es, reicht. To rain auf jeden Fall mal. Hä, wo sind die denn? Auf jeden Fall da hinten ist noch Feuer. Okay, die sind nicht mehr weit. Wir sind wieder in der Border. Die müssten irgendwo da sein. Oder die haben sich halt verkehnt. Das wäre so ab. Normal, Alter. Ja. Ne, ne, glaub ich nicht. Achso, ich dachte, dass die Zeit nimmt ab. Geh mehr. Geh noch n Bocke Place. Bist du? Ich bin auf dem Berg. Ich bin im Wald. Ja, okay. Ich hab' keine Ahnung. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Sobald die Schutzzeit angefangen hat. Die, ähm, aufgehört hat. Sie fängt an sich nach unten zu bauen. Und hat sich da angefangen zu verkehnten. Warte, ich hab' was gehört. Ich hab' nichts, ähm, Breakdown gehört. Ich ess' ein Debs schonmal, weil ich ein Herzen verloren habe, weil ich ja so beschwert. Ich bin guter Falle. Ich hab' wir haben ja viele Gaps. Ich hab' nur. 19. Passt. Passt, ja. Ich hab' achten. Ja, ich hab' was passt. Ich hab' ja nicht mehr. Ja, ich hab' was passt. Einbifiziert haben die. Hat die denn schon wieder auf in Online? Die Liste hat sich grad und doppelte Verwenden verdoppelt. Wo gehst du? Ach, da hinten bist du weg. Geh' mal von der Border weg. Geh' mal von der Border weg. Geh' von der Border weg. Ähm. Ich glaub' ich sollte mal mit'n Inventar suchen, oder? Ne, egal. Hä, wo sind die? Ich müsste dir dann aber die Audiospur auch noch schicken. Ach so, die hast du extra aufgenommen? Ja, mach' ich halt. Ah, ok, 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 ok. Ja, ich nehm' ja immer alles extra auf, mit meinem Mikrofon halt, ne? Hä, wieso? Kannst du das auf OBS nicht gemeinsam aufnehmen? Kann ich schon, aber die Qualität ist halt besser, ne, mit Audacity. Ja, na gut. Ich weiß halt nicht, wie ich mich anhöre. Ich weiß halt nur so, wie ich mich jetzt gerade muss. Ich hab'n Namen gesehen. Echt? Glaub' ich. Also, ich hab' so kurz, weil es auch... Das war halt die Trackshop-Hack. Ich weiß es nicht. Ich hab' grad was gesehen. Ich hab' irgendwo drin geht. Das hat's vier, alter, ne. Er funktioniert ein Kompass. Warte, warte, geh mal kurz. Hast du Redstone? Warte, man hat mal nicht ein Kompass, oder hä? Warte, man braucht Redstone. Doch, man. Einmal trummelt. Und einmal rum mit Eisen und in der Mitte Redstone. Wo bist du? Ich guck grad' wegen den Namen hier. Ich seh' dich. Aber hier ist echt keiner. Hast du ein Optifine, oder Minecraft? Ähm, ja, Optifine, Minecraft, oder ein Leben-Motel? Äh, Optifine, ja, hab' ich. Warte, ich zittere so. Was machen die denn? Fabian, wo bist du? Ach, ich bin ganz nah an der Border. Das ist nicht gut. Äh, warte, ich lauf weiter. Ich weiß nicht, wohin du bist. Ich bin im Ball. Scheiße, dass wir jetzt getrennt sind. Ich hab' noch 18, äh, 17, meine ich. Korrektur. Wo bist du? Ich fühl dich hier. Hä? Bist du? Ich verliere dich immer. Wie schaffe ich das? Ich bin nur hier oben. Lola, das ist der Gegner. Bist ein Gegner. Wo, wo, wo? Hier bei mir. Wo bist du? Die sind da, die sind da. Wo, wo, wo? Die sind hier. Unter mir. Wo bist du? Seh' dich nicht, Junge. Ey, genau, jetzt brauch' ich dich. Jetzt hab' ich die Gegner. Ich find' dich nicht. Warte, hier, hier. Hier rauf, komm, komm hier rauf. Wo bist du? Ach, da, da. Hier. Komm' schnell, komm' schnell. Die kommen, die kommen. Die, da vorne sind die, da vorne sind die. Ich spam' auf die Warte. Wir gehen nach wo hinten. Die kommen, die kommen, die kommen. Ich schwör', die kommen hier. Ja, ein Bogen. Ein Bogen. Ich hab' keinen Bogen. Hinter dir, hinter dir. Nein, 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 nein! Das kann nicht sein. Wir verlieren jetzt hier ernsthaft noch. Ja, du gegen zwei Leute. Du hast jetzt keine Chance mehr. Ja, okay. Oh mein Gott. Es war auch klar. Oh mein Gott. Aber egal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, muss ich schon sagen. Das haben wir. Ja. Ja. Und. Ja Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Und ciao. Und. Ja Pool. W role. Und wenn man ihr bei euchacious finalen들 outfit kommtlas ab oder? das war's mit wie schnell. Ja auch weg.